Musik Willkommen am Deutschen Generalkonsulat in Istanbul. Wir befinden uns hier in einem historischen Gebäude, das als erste neue deutsche Botschaft des Deutschen Reiches errichtet wurde, und zwar in der Hauptstadt des Osmanischen Reiches in dem damaligen Konstantinopel. Im Zuge des Wechsels der Hauptstadt der Türkischen Republik von Istanbul nach Ankara wurde dieses Gebäude dann in den Status eines Generalkonsulates versetzt. Womit beschäftigen wir uns hier als Generalkonsulat? Im Kern bemühen wir uns, so wie auch die deutsche Botschaft in Ankara, um die Pflege und Verbesserung der türkisch-deutschen Beziehungen. Es gibt dabei einen wesentlichen Unterschied zu dem, was die Botschaft macht. Wir als Generalkonsulat sind nicht zuständig für die politische Berichterstattung und konzentrieren uns daher auf die Bereiche Rechts- und Konsularwesen, Wirtschaft, Kultur und Presse. Diese Bereiche wollen wir Ihnen nun im Einzelnen vorstellen. Das Spannende und Interessante an meiner Arbeit in der Wirtschaftsabteilung des Generalkonsulats sind die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und der Türkei, die sich über die letzten 150 Jahre so dynamisch und intensiv entwickelt haben. Mehr als 6.800 deutsche Firmen sind in der Türkei ansässig, viele davon in Istanbul und Umgebung. Für die Türkei ist Deutschland einer der wichtigsten Handelspartner. Das Schöne an der Arbeit im Bereich Presse und Kultur ist die besondere Vielfalt an Themen und Personen. Im Bereich Presse bedeutet das insbesondere, dass wir uns um die hier ansässigen deutschen Auslandskorrespondenten kümmern. Dies kann zum Beispiel bedeuten, dass wir Informationen beschaffen, an denen die Auslandskorrespondenten interessiert sind. Es kann aber auch einfach Hilfe im Bereich Konsularwesen bedeuten. Darüber hinaus pflegen wir den Kontakt zu den hier ansässigen türkischen Medien und versuchen diesen zu intensivieren. Der Kulturbereich ist überaus vielfältig. Hier kümmern wir uns insbesondere um die hier ansässigen deutschen Kulturmittler, wie zum Beispiel das Goethe-Institut, den DAAD, die politischen Stiftungen und viele andere mehr. Daneben verwalten wir hier am Deutschen Generalkonsulat den sogenannten kleinen Kulturfonds, mit dessen Mitteln wir versuchen, kleinere Kulturprojekte am Konsulat, aber auch anderswo zu realisieren. Lassen Sie mich auch kurz die Rechts- und Konsularabteilung des Generalkonsulats vorstellen. Wir haben hier eine der größten Visastellen Deutschlands weltweit. Unsere Arbeit unterteilt sich in drei Teilbereiche. Wir haben zum einen die Pass- und Konsularstelle für deutsche Staatsbürger. Diese ist in Istanbul relativ wichtig, weil es hier viele deutsche Staatsbürger gibt. Zudem haben wir eine große Visastelle für türkische Staatsbürger. Wer nach Deutschland reisen möchte, türkischer Staatsbürger ist und im Amtsbezirk des Generalkonsulats lebt, dessen Visa-Antrag muss früher oder später hier vorbei. Zu guter Letzt haben wir seit der Flüchtlingskrise 2015-2016 in Istanbul eine Visastelle für syrische Staatsbürger. Und wieder geht ein Tag zu Ende, an dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Generalkonsulats in Istanbul ihren umfangreichen Aufgaben nachgegangen sind, um Deutschland hier in Istanbul bestmöglich zu vertreten.